Herr Puntila, soff drei Tage lang, in Tavastberg im Hotel, da war der Richter, der Advokat und der Apotheker zur Stell. Da war der Richter, der Advokat und der Apotheker zur Stell. Und am dritten Tag, Herr Puntila, sah im Saal einen Menschen stehen. Er sprach ihn an, da steht ein Mensch, hat nie noch keinen gesehen. Er sprach ihn an, da steht ein Mensch, hat nie noch keinen gesehen. Herr Puntila, wollt seinen Wald verkaufen, doch er besann es sich. Bevor ich meinen Wald verkauf, verkauf ich lieber mich. Bevor ich meinen Wald verkauf, verkauf ich lieber mich. Herr Puntila, wollt eine reiche Witwe freien, doch hat er keine Lust. Und er freite drei Mädchen von Kur-Gela, die hatten eine hübsche Brust. Und er freite drei Mädchen von Kur-Gela, die hatten eine hübsche Brust. Herr Puntila kennt sich in Gäulen aus, er liebt einen schönen Gaul. Aber was ein Mensch ist, das weiß er nicht, er liebt ihn nur mit dem Maul. Und es ging auf halbe zehn in dieser Juni-Nacht. Und wenn ich mit dem Feuer spiel, mach ich, was ich nicht weiß. Doch manche ist am Vormittag kühl und ist am Abend heiss. Doch manche ist am Vormittag kühl und ist am Abend heiss. Wer niemals einen Fehler begeht, der ist ein schlechter Hund. Doch wer einen Fehler zweimal begeht, der ist ein schlechter Hund. Er wollte sie geben, seinem Knecht, doch als er den Knecht anfrug, da sprach der Knecht, ich nehm sie nicht, sie ist mir nicht gut genug. Da sprach der Knecht, ich nehm sie nicht, sie ist mir nicht gut genug.